Hallo und willkommen zur nächsten Aufnahme. Ich bin der Captain Jiminy und das ist der zweite Teil. Yay! Mit einem schönen Cube of Meat, Page, D, The Dice und The Patch. Und noch so ein Half-Up. Und da haben wir eine schöne Fünfermünze. Und da haben wir so eine Hirnspacke. Oh Gott, hier frisst das. Buf. Hat sogar geklappt. Warte mal, ich hacke die... Ja, leider habt ihr es gesehen, oder? Mit einem Skype-Innen, oder? Ja, Skype-Innen, oder? Schade. Ich habe einen privaten Account bei Skype-Innen. Ihr kennt mich nicht, Edden. Das ist auch schön euch. Ja, und ich habe mal wieder angefangen für diesen Kanal. Alter! Mal wieder warst du das Plan. Gott, geh, hau ab. Duft, duft. Und Schlüssel für den Gold-Traum. Alter, gut. Boah, Alter, die letzten Tagen war so geil mit dem Half-Black-Flame. Extreme. Und noch andere YouTubern. Skyjumper. Schleichwerbung. Ich mache keinen Schleichwerbung. Nein. Aber meins bin ich auch dabei. Wie zum Beispiel Glitchen auf... Wenn du mal das hochladen. Glitchen auf... Welche Map war das nochmal mit dem Schneemap im MV3? Boah, Alter. Oder... Keine Ahnung. Gucke ich später. Vielleicht noch später. Und Extreme haben wir noch auf Dom geglitscht. Das war richtig geil gewesen. Wird ne Extreme. Okay. Komm, verrück. Weiß was. Ich mach erstmal den schönen, netten, lieben... Oh, Fistola. Hoffentlich gibt's er nicht mehr. Hoffentlich gibt er mir nicht Scheiß, Alter. Sonst rast ich's aus. Komm, verrück, verrück. Und wieso riecht keine Mucke? Egal. Oder warte mal. Ich mach ein kleines... Cut... Äh... Für... Hallo, ich bin wieder da. Und... Aua. Diesmal hab ich wieder Mucke angestellt. War leider aus. Hab ich ja... Ich hab auswesend auf Newt eingestellt. Scheiß drauf. Äh. Ach Gott. Aua. Aua. Alter. Ja, ich bin auch so ein junger... YouTuber. So... So gegen 14 bin ich. Ich fitte dieses Jahr 15 und ich... Und ich mach so... Äh... Kleine Let's Plays. Und ich mach... Äh... Mach bei Diablo-Tricks. Aber mit nem... Und ich treff vielleicht... Ähm... Nehmen... Sagt dann noch vielleicht mit... TJ, kalt doch und dich verrecke gleich. Ah, Alter, das war knapp. Das war wirklich knapp. Alter, alter, alter. Ach, wieso nur ein Scheißherz, Alter. Alter. Cheers up. Ich nenn das mal mit. Das war noch Strength. Ja, okay. Das nenn ich mal. Damage up. Karte und äh... Schön. Cheers up. Und ne neue Mütze. Die mir gefällt. Egal. Komm. Mach mal weiter. Ja. Aber wie hat der mich noch so, oder? Oh nein. Nicht diese Fische. Egal. Muss ich sie eben... Aushalten! Ja, das wird in kurzer Folge sein. Wenn ich so weitermache. Oder ich werde sie zusammenschneiden. Ne, ich schneide sie nicht zusammen. Egal. Weil der eben... Neun Minuten und vier so gegen 13 Minuten. Geht mir ein Herz. Ja, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Wieso bekomme ich Schlüssel und kein Herzen? Aber wir haben hier ein Gottes da. Schub darüber. Tschüssi, Kochki. Wo ist die? Egal. Habe ich mal genommen. Hat wenigstens Verfolgungsschlüssel drauf. Und wieso habe ich keine einzige Pille gesehen? Egal. Waren das die Illuminaten? Illuminaten? Komm bitte. Haben wir Bock auf den zweiten Bomber zu verpassen. Nein, nicht die Illuminaten. Illuminaten. Hoffentlich ist da nicht Creed drin, Alter. Ich rasse sowas von aus. Wollt ihr mich verarschen? Das ist eher so eine kurze Folge mit 5 bis 6 Minuten oder 6 bis 8 Minuten. Egal. 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 Und wieder kein... Alter. Was soll der Scheiß? Oder es... oder hört ihr das? Oder ich hab's vielleicht eingeschritten. Egal. Und die nächste Ebene mit einem vollen Herz Schön Überspringen wir das mal Und gehen mal runter Und da haben wir schon den Goldraum Schön, Alter Und das haben wir jetzt Ah, mein Unicorn Machen wir jetzt schon Machen wir die Bomben kaputt Was ich mal sehen würde Und dann machen wir jetzt das kaputt Ein neuer Ein mehr Bomben Ach, schön, wie das Leben schön ist Ich bin jetzt der ruhige Typ und der Der Sonnenmarkt Vielleicht hier Kann ich verrecken Komm Jawohl Hau ab Alter Wann habe ich zuletzt das Played? So gegen Januar Ich hab' ein Freund Ah, ich bin gleich Wir haben ja nach diesem Raum überlebt, Alter Ich will diesen Video in die Länge ziehen Yay Ja, ja, ja Ja, ja, ja So bin ich manchmal Egal Hier schon Habt ihr auch diese Legs, wenn ihr da reinguckt Oh, Mini Marsh Speed und Range Wiiiiiii Tiiitititititiii Schön, hoffentlich ein Damage-Up Kein Damage-Up Aber dafür ein Geheimraum Hey Nochmal ein Geheimraum So, okay Hier mache ich mal einen kleinen Cut Und auf den nächsten Folgen Und Tschüssi, Kotki